Das Reed war das perfekte Bike für meinen Rekord auf 6175 Metern, weil es einfach das Multitool unter den Mountainbikes ist. Es ist schnell und effizient im Abhill, leicht aber trotzdem robust und in der Abfahrt bleiben sehr viele Reserven übrig, damit es auch richtig Spass macht. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.